So, was ist mit neuen Runden WOT? Und zwar mal heute ein spezielles Video und zwar fast schon so ein Boxen-Gamble-Video. Im Prinzip kann man sagen, eigentlich innerhalb von einem, ich glaube, halben Jahr des dritten Gamble-Gedöns. Ich muss sagen allerdings, ich finde es ziemlich cool und ich fahre es irgendwie auch und ja, wenn es zu solchen Sachen von Gamble kommt, dann bin ich eigentlich voll dabei. Genau, ich habe das Ganze hier pre-recorded und ich habe ganze drei Schlüssel hier in diesem Video geöffnet oder öffnen lassen. Das lasse ich jetzt mal offen und ja, genau. Erste Ziehung, aktuell auf meinem Main-Account, ein Chrysler, nicht direkte Panzer, den ich will, der ist langsam. Er hat manchmal eine gute Panzerung, in Anführungsstrichen. Für manche undurchschlagbar, für andere halt dann wieder in 10er-Gefechten halt irgendwie keine Garnix oder keine Pen oder keine, also im Prinzip keine Kanone, die man brauchen kann. Die Panzerung ist auch nicht mehr so wirklich viel wert und naja, nicht wirklich mein Ding. Deswegen dachte ich mir direkt mal Nächsten. Und genau, hier zahlen wir 900k Credits. Ich war am Anfang verwundert oder verwirrt über diesen Satz da unten, weil ich habe das so verstanden, man kann immer nur das letzte Fahrzeug, was man bekommen hat, dann kaufen. Und ich dachte mir dann, okay, das ist halt wahrscheinlich so ein ultraharter Gamble, dass man quasi direkt entscheiden muss, will man noch weiter gambeln oder will man schon vorher aufhören. Ja, hier Canavan Action X, meiner Meinung nach einer der, also auf dem Papier einer der besten Bremen Panzer, einer der besten Heavis, einer der besten Heavis, nicht einer der besten Bremen Panzer, aber einer der besten Heavis. Ähm, ich weiß gar nicht, was momentan der beste wäre oder was momentan noch so ein Meter gespielt wird, aber Canavan Action X kann man nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Lanzen ist, glaube ich, auch noch relativ beliebt, ähm, sieh mal ab und zu mal, allerdings ist es meistens eher so ein bisschen ein, ja, so ein Panzer, den man halt dann vielleicht eher spielt, wenn man jetzt Leopard 1 drauf hat und wenn man den halt spielt und so, wenn man halt generell ein bisschen besser ist, weil Mediums und Panzer und so, man kennt's. Ja, leider bisher immer noch nichts Besonderes, IS-6B ist absolute Miete, meiner Meinung nach. Klar, vom Geldwert her ist es gut, aber eine IS-6 ist einfach so weit aus der Meter gefallen wie ein ACDC oder wie ein FCM. Das will eigentlich nicht mehr wirklich jetzt jemand spielen, meiner Meinung nach. Ja, letzte Ziehung war dann ein eigentlich sogar relativ seltener Panzer mit der Panzerkampfwagen 5-4. Allerdings dachte ich mir, ich nehme den Canavan, ich will keinen Fünfer für 5000 Gold und 6 Millionen Creds kaufen und ja. Genau, hier haben wir das nächste Ding, nächste Ziehung auf einem zweiten Account. Ähm, die erste Ziehung hier waren AMX 1375 Girlfriend. Also, heißt natürlich nicht wirklich Girlfriend, aber GF ist halt immer so ein Joke. Sehr gute Panzer, zweites Ding hier waren diese SU, SU-76I oder 76L. Was ich gesehen habe, ist sogar ein echt sehr beliebter Panzer, den super viele auch haben und haben wollen. Ähm, eine ziemliche Rarität im Prinzip. Auch hier wieder die obligatorische IS-6B. Ja, kann man direkt, ähm, weitermachen im Prinzip. Braucht man nicht groß nachzuschauen. Dann, Schwarzpanzer 58. Hm, ja. Viele finden den gut, viele auch nicht. Ist so ein bisschen, manche mögen es, manche nicht. Und hier kommt dann einfach mal ein Panzer 2 aus Führung J, aka, äh, nicht Minimaus, sondern die, äh, ich weiß gar nicht, wie der genannt wurde. Also, 80 Front-Panzerung auf Tier 3. Ich glaube, mehr braucht man zu nicht sagen. Und auch die Allround-Panzerung ist ziemlich gut. Ja, dritter Account, das war übrigens ein, äh, äh, zweiter Account von mir. Ähm, ein Uralter. Und ein Reroll. Ein Hydro-Stat. Das ist wirklich das, was man gar nicht will. Ich habe nochmal 1600 Gold übrigens aufgeladen, nur um hier die letzte Erziehung machen zu können. Also, ich hoffe, ihr genießt das. Ja, wie gesagt, ein Cannabine-Action-X wieder. Kann mir nichts falsch machen. Und dann hier in einem Alpentiger. Bisher echt nur Müll bekommen im Prinzip. Also, bis auf den, bis auf die Su vielleicht und den, und den J, also den Panzer J. Hier angefangen auf diesem alten Account dann noch erstmal Premium-Panzer verkaufen, weil, why not? Ich meine, kann man ja mal machen. Und, äh, ja, T-50-2, alles muss gehen. Alles, alles weg damit. Ich glaube, jetzt habe ich sogar ein Ding übersprungen, oder? Genau, die, äh, Selbstfüller-Fette habe ich hier noch übersprungen. Die Lea-FH. Meiner Meinung nach ein ganz guter Panzer, aber ist halt wirklich nicht 5000 Gold und x-tausend Credits wert. Ja, im 41 ist auch ein netter Panzer, aber meiner Meinung nach, ja, auf dem Reroll nicht so nützlich wahrscheinlich. Nichts als, vor allem nicht Crew-Trainer, Crew-Trainer. Und dann habe ich mich für den Alpentiger entschieden und das war im Prinzip auch das Ganze. Also, für mich hat es sich leider überhaupt nicht gelohnt und für viele andere auch nicht.